Ich muss dort ja kommen, was geht mehr? Die große Räume, und geht lieber in Klausel nicht 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hallo, ich möchte euch den Tanz Fiddle Dance zeigen. Dieser Tanz wurde von mir zum Titel dem Boden raus zu verplägt, choreografiert. Dieser Tanz hat 32 Behandlungen, 4 Wände und ist so für Vorderstrukturen Anfänger geeignet. Als erstes, auf 1 ein Kick, auf 1 über Schienbein kreisen 2 ein Kick, auf 1 ein Flip, 3 ein Kick, und wir kreisen 4 ein Kick. Und das besonders schnell. So, 1, 2, 2, 3, 4. Dann gehen wir mit der Laufs, mit der Städte. Und 1, 2, 3, 4, 4. Nun folgen 3 Shuttles mit einem Fögel-Träger, mit einem Halsen-Träger und noch einem Halsen-Träger. Und ein Prozettung von einem Fort-Step. Jetzt, Hit, Steps Back, zurück. Und 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Halbe, drehen, mit der Lüge. Dann eine Schaffel mit dem Atelier. Schaffel, drehen. Ein großer Step. Ein großer Step. Und 2 Schritte zurück. Schritt, Schritt. Das Land, wo man sich dahin nimmt. Und 1 und 2 und 3 und 4. 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 1 und 2 und 3 und 5. 5 und 6 und 7 und 8. 1 und 2 und 3 und 4. 5 und 6 und 7 und 8. Und nun Musik. 1 und 2 und 1 und 2 und 3 und 4. Und nun Musik. 1 und 2 und 3 und 4. 5 und 6 und 7 und 8. Und nun Musik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8